Hallo bei Kino im Wohnzimmer. Ihr seht, Olaf auf Tour. Ich bin unterwegs und gucke mir heute wieder ein Kundenheimkino an. Und ihr seid natürlich dabei. Schaut im Hintergrund, man sieht sofort einen Football-Fan. Und hier oben war ein Dachstuhl, wirklich nur ein Dachstuhl, ein unausgebauter Dachstuhl frei geworden. Und hier hat er seinen Heimkinotraum verwirklicht. Gleich geht's los. Die Frage heute kommt von Heliant 6. Funktioniert 3D beim Vava Chroma? Wenn ja, welche Brille braucht man? Ist 3D hier gut? Wurde das inzwischen getestet? Ja, tatsächlich, ich habe es im Vava Video nicht erwähnt, weil ich mir da aktuell immer noch nicht sicher bin. Man bekommt wenig Informationen. 3D funktioniert. Allerdings braucht man eine ganz bestimmte Art von Brillen, die es bei uns scheinbar hier in Europa nicht gibt. Wir sind da dran. Wir versuchen da noch was rauszubekommen und halten euch da auf dem Laufenden. Deswegen konnten wir es noch nicht wirklich testen. Mit allen Brillen, die wir haben, hat es nicht funktioniert. Und es war beim Vorgänger war aber auch schon so. Ging auch nicht. Aber ich habe von Kunden gehört, die haben irgendwo im Internet eine Brille gefunden, mit der hat es funktioniert. Schwieriges Thema. Sind wir noch dran? Wenn wir da Neuigkeiten haben, erfahrt ihr es auf jeden Fall hier. Es geht wieder los. Wir zeigen wieder Kundeninstallationen. Also von unseren Kunden Heimkinos, die auch durchaus teilweise selbst gebaut sind und in denen wir natürlich auch etwas Hand anlegen durften. Das hier gehört definitiv dazu und das ist schon mal eins der gemütlichsten, was wir in letzter Zeit abgefilmt haben. Das macht wirklich Spaß. Ihr habt es im Eingangsbereich schon gesehen, da hängen ein Haufen T-Shirts von Football-Spielern. Ich habe null Ahnung von Football. Ich kann euch gar nichts dazu sagen. Ich habe noch nie im Leben ein Football-Spiel gesehen. Aber ihr seht, hier ist ein absoluter Football-Fan zu Hause. Den habe ich gleich mal gefunden. Der sieht auch schon mal total cool aus. Und überall ist hier Deko-Kram-Football. Marvel, auch ein Riesenthema. Werdet ihr da bestimmt gleich an einer oder anderen Ecke noch entdecken. Und ja, was ist hier eigentlich alles passiert? Wir haben die Technik hier eingebaut. Nur die Technik. Deko, ganze Raumausbau, alles auf Kundenseite, alles in Eigenleistung passiert. Und ich kann es nur immer wieder sagen, es ist total gemütlich und total cool geworden. Es war ein Dachgeschoss, also so ein ungenutzter Dachstuhl. Der wurde nur als Lagerraum benutzt. Da war halt, wie man das halt so hat, bei so einem uralten Haus. Hier sind ja wirklich uralte Balken. Es wurde einfach nur so als Lager missbraucht. Da wurde immer in den letzten 80 Jahren oder so, wurde hier einfach nur Müll draufgestopft. Leer gemacht. Mit seinen Kumpels hat er hier Trockenbau gemacht. Alles so ein bisschen mit verkleidet. Die ganzen Innenflächen, die Balken gereinigt. Mit Holzzeugs hier irgendwas gestrichen. Ich habe keine Ahnung, was er hier benommen hat. Ich vermute mal irgendeine Holzlasur. Und er sollte halt diesen alten Charakter von dem Dachstuhl weiter behalten. Und das hat er meiner Meinung nach sehr, sehr, sehr gut hinbekommen. Ja, und ihr seht schon an dem ganzen Deko-Kram. Absoluter Film und auch natürlich Football-Fan. Und was alles hier im Einzelnen passiert ist, das schauen wir uns jetzt Ecke für Ecke an. Marvel an jeder Ecke, in die man schaut. Hier habe ich schon was gefunden. Naja. So. Jetzt gehen wir mal in die Details. Ihr seht, hinter mir ist der Beamer. Der Beamer steht auf einem Brettchen. Das haben wir einfach hier auf diesen alten Holzbalken oben raufgeschraubt. Und da steht ein Epson EATW 9400. Und der ist halt super, weil der ist unheimlich, ja der hat halt einen riesengroßen Zoom-Bereich. Und damit konnte er unheimlich weit weg. Weil das Bild vorne, also die Leinwand, die ist gar nicht so riesengroß. Ja, da reden wir von 2,44 m Breite, also 100 Zoll Diagonale. Und das Limitierende war tatsächlich gar nicht die Breite des Raumes. Die hätte noch mehr hergegeben. Das Limitierende war die Höhe. Durch diese relativ flache Dachform hatten wir einfach nicht genug Höhe zur Verfügung, um das Bild noch größer zu machen. Und das ist jetzt schon fast auf der Erde. Das ist so ein gewissen Nachteil an so Dachgeschossen, dass man ja immer mit der Höhe limitiert ist. Ja, je nachdem, was man für eine Dachneigung und so hat. Und trotzdem. Das korrigiert man einfach mit dem Abstand der Sitze. Und da sind wir jetzt hier so bei knappen vier Metern. Und das passt meiner Ansicht nach hervorragend. Wo wir gerade bei Maaßen sind. Das ganze Dachgeschoss hat hier ungefähr eine Grundfläche, wir haben es gerade mal so abgeschätzt, das ist nur geschätzt, von sechs mal zehn Metern. Also so 60 Quadratmeter. Hört sich erstmal wahnsinnig viel an. In einem Dachgeschoss ist es meistens aber dann die nutzbare Fläche gar nicht so viel. Der innere Bereich hier, da sind vielleicht noch drei Meter Breite übrig geblieben und wir haben irgendwie vielleicht sieben Meter Länge, weil dahinter kommt ja noch das Treppenhaus, was übrigens sehr, sehr schick geworden ist, das Treppenhaus. Also das ist die nutzbare Fläche, ist am Ende noch so gute 20 Quadratmeter. Mehr bleibt am Ende so im Dachgeschoss gar nicht übrig. Ihr guckt jetzt natürlich nach hinten in Richtung Beamer. Beamer haben wir schon besprochen. Lautsprechersystem können wir drüber sprechen. Hier ist ein 7.2.2 System drin, vorbereitet auf Punkt 4. Das heißt im Einzelnen, wir haben hier ein Quadral-Ascanset drin. Wir haben die großen Hauptlautsprecher vorne. Wir haben den Center hinter der akustisch transparenten Leinwand platziert. Hier seht ihr noch auf alten Bildern, dass hinter der Leinwand eigentlich kleine Fensterchen sind. Ja, Fenster brauchen wir hier nicht unbedingt. Wir haben ja ein Kino und im Kino braucht man ja nicht so viele Fenster. Es gibt Fenster, es gibt zwei Dachfenster. Die Fenster am Giebel, die sind einfach geopfert worden, weil das war im Prinzip ja die einzige vernünftige Fläche, wo man eine Leinwand aufhängen konnte. Es entstand aber dahinter ein kleiner Hohlraum und in diesem Hohlraum ist jetzt der Center. Und deswegen wurde die Leinwand akustisch transparent gemacht. Und tatsächlich, wer das mal live erlebt hat, wenn ein Center hinter einer Leinwand steht, statt unter einer Leinwand, das ist schon noch ein Unterschied. Ja, natürlich ist es auch toll, wenn der Center da drunter steht und man ein bisschen anwinkelt und so weiter. Aber es ist noch mal irgendwie eine coole Erfahrung, wenn die ganze Sprache und alles aus der Leinwand rauskommt. Ist ja technisch nicht ganz so einfach. Man braucht halt eine gute akustisch transparente Leinwand. Aber so etwas hier umgesetzt. Ihr werdet sicherlich schon mal fragen, was kostet denn das überhaupt alles? Ja, die Fragen kommen wahrscheinlich jetzt schon. Geduld euch mal noch. Zu den Kosten kommen wir noch. Ich werde euch ziemlich genau sagen, zumindest diesen Teil, den wir hier gemacht haben, was das gekostet hat. Die Zahl erfahrt ihr noch. Aber ihr könnt ja schon mal so nebenbei mitraten. Also, Lautsprechersystem. Vorne drei Hauptlautsprecher. Wir haben Surrounds an den Seiten. Wir haben Backsurrounds. Alle die Ascan-Serie, die ja jetzt leider verschwindet. Aber ich glaube, ihr habt es im letzten Video oder seht ihr es erst im nächsten Video. Ich bin mir nicht ganz sicher. Es gibt Alternativen dazu. Bleibt mal bei uns dran und dann erfahrt ihr die. Ascan war eine tolle Sache. Schade. Aber irgendwann ist halt alles mal zu Ende. Also, das sind die sieben unten. Wir haben zwei Phase 150, auch von Quadral, oben an der Decke. Decke ist ja wieder so relativ bei so einem sprägen Raum. Ja, auch da muss man einen kleinen Kompromiss fahren. Und vorbereitet sind noch zwei hintere Lautsprecher. Die sind allerdings noch nicht da. Irgendwann ist auch das Geld dann alle, wenn man sowas hier baut. Und dann muss man sich auch noch ein bisschen was lassen für das nächste Mal. Okay, haben wir Lautsprechersystem. Denon 4700er müsste das, glaube ich, sein. War es ein 4700er? Genau. Der treibt das Ganze hier an. Das heißt, da sind noch Reserven bei. Also, wir könnten die Lautsprecher hinten noch aktivieren, wenn wir irgendwann wollen. Ja, das ist schon möglich. Der steht hier vorne noch so in der Ecke. Ich glaube, da ist noch ein kleines Schränkchen geplant, was er irgendwie noch selber basteln wollte. Das hat er noch nicht fertig gehabt. Noch steht da hier so ein bisschen auf der Erde. Daneben steht natürlich eine PS5. Und, ganz wichtig beim Lautsprechern, wir haben zwei dicke CS10 Cube, CS10 von Quadral hier stehen. Und er hat es uns heute Morgen schon mal vorgeführt. Äh, die reißen hier den Dachstuhl fast ab. Es ist halt ein altes Haus mit einer Holzbalkendecke. Man kann nicht alles hier volle Pulle laufen lassen. Das knallt hier so doll. Also, die Wahl war super. Und auch zwei zu nehmen war super. Weil wir haben ja eigentlich gar keinen Raummoden. Obwohl, ganz ehrlich, Raumakustik ist hier nicht viel gemacht. Es gibt hier keine Absorber, keine Diffusoren. Diffusoren gibt es natürlich ziemlich viel natürliche. Ja, ihr seht das ganze Deko-Zeug hier. Das sind natürlich natürliche Diffusoren. Aber Absorber gibt es eigentlich außer einem dicken, fetten Teppich so gut wie gar keine. Aber gar kein Problem. Und selbst hier hat der Bass sehr, sehr gut funktioniert. Das rummelt hier richtig in der Hütte. Was gibt es noch zu sagen auf der Rückseite? Auf der Seite gibt es hier noch so eine kleine Nische. Da ist so ein bisschen Bürobereich bei ihm eingezogen. Oder auch sein, wahrscheinlich ist es eher sein Gaming-Center vermute ich mal. Mit so einem riesen, gigantischen Gaming-Monitor, wenn ich das so richtig sehe. Das ist wohl in der Ecke hier. Ja, und dann hat er natürlich unheimlich viel Deko-Zeug reingepackt. Und hier ist ein richtig cooler, alter Kühlschrank steht hier in der Ecke. Klar, Getränke im Dachgeschoss. Da will man nicht immer zwei Etagen runterlaufen, wenn man mal ein Bier holen will. Ein Lüfter. Ich vermute mal, im Sommer wird es hier doch schon warm werden. Klimanahe gibt es nicht, soweit ich es jedenfalls noch nicht entdeckt habe. Gibt es einen coolen Lüfter. Und alles andere ist voller Deko-Kram. So, jetzt drehen wir uns mit der Kamera nochmal um. Und dann zeige ich euch die ganze Geschichte nochmal von der anderen Seite. Hier nun der Blick auf die andere Seite. Auf unsere Bild-Seite. So gucken die Nutzer des Heimkinos in diese Richtung. So sehen die das hier. Und auch hier überall, Marvel, wo man hinguckt, hier ist der Kopf von Spider-Man. Hier, guckt mal hier. Ein Ant-Man-Hilm. Der ist so cool, wa? Würde ich auch gerne alles haben wollen, aber ich habe ja gar keine Ahnung, wo man das herkriegt. Ich weiß es nicht. Deswegen kann ich mir das nicht besorgen. Ein Glück. Ja, also schaut mal. So sieht das aus. Hier könnt ihr jetzt mal die Dimensionen sehen. Die Leinwand hat 110 Zoll. 2,44 m Bildbreite. Und durch diese Schrägen hier war es natürlich nicht möglich, die Leinwand noch breiter zu machen. Sie ist jetzt vom Boden nur 25 cm entfernt. Das ist okay. Das habe ich in meinem Kino tatsächlich auch gar nicht anders. Nur meine Leinwand ist natürlich deutlich breiter und demzufolge auch höher. Aber hier war das Limitierende. Das waren die Lachschrägen. Breiter hätten wir noch ein bisschen Platz gehabt. Aber so sollte es sein. Lautsprecher konnte hier in so eine Nische dahinter. Deswegen ist der Center natürlich dahinter. Das ist natürlich, wie ich immer wieder sagen kann, wirklich eine coole, coole Sache. Ihr seht die Hauptleutschsprecher hier vom Asken-System. Der AV-Rusiva steht da in der Ecke. Die reinen Subwoofer stehen hier rechts und links. Auch sehr, sehr gut platziert. Die funktionieren hier wirklich hervorragend an den Stellen. Ich glaube, immer ein bisschen rum experimentiert. Aber das sind gute Stellen jetzt mittlerweile dafür. Naja, und hier in der Ecke. Überall ist hier noch Marvel-Zeug. Ich darf hier gar nicht hingucken. Hier wird, finde ich, so schrecklich, so viel Marvel-Deko. Ja, hier wäre jetzt noch ein Dachfenster. Also hier kann man natürlich aufmachen. Wir haben es jetzt verdunkelt. Und so fühlt sich das halt an, wenn man auf den schönen Cinéa-Sesseln sitzt, in knappen vier Meter Entfernung auf die Leinwand guckt, dann sieht das ungefähr so aus, wie ihr jetzt hier rauf schaut. Ich finde sehr, sehr, sehr cool. Sehr, sehr gemütlich. Dachischoss ist wirklich, wenn man sowas hat, immer eine Alternative zum Keller. Weil es hat Nachteile. Es wird im Sommer halt sehr warm hier oben. Ja, da muss man schon dran denken. Vielleicht muss man hier auch noch was einbauen in der Klimaanlage, wenn es dann zu warm ist, dass man es im Sommer auch nutzen kann. Aber grundsätzlich finde ich so ein Dachischoss, so einen ehemaligen Speicher, der vorher eigentlich bei den meisten eigentlich nur für Müll genutzt wird. So ist ja so. Da stopfen wir nochmal rein, weil es egal ist. Und den umzuwandeln in ein Heimkino, meiner Ansicht nach, eine super, super gute Idee. Ja, jetzt habt ihr das alles mal gesehen. So sieht es aus. Mir bleibt nur noch dem neuen Eigentümer dieses coolen Heimkinos viel, viel Spaß zu wünschen. Für euch, wenn es euch gefallen hat, freue ich mich über den Like. Und abonnieren natürlich. Das kann ja nie schaden, wenn man unseren Kanal abonniert, wenn ihr sowas gerne wiedersehen möchtet. Gefallen euch übrigens so eine Kundeninstallation? Sollen wir mehr sowas zeigen? Nicht High-End? Ja, das ist kein High-End Kino. Keine Frage. Das ist kein High-End Kino. Aber muss es denn ein High-End Kino sein? Achso, High-End? Haben wir über Kosten geredet? Nein, ich hatte es euch versprochen. Stimmt. Wir müssen nur über Kosten reden. So, passt auf. Also, der Kunde hat viel selbst gemacht. Teppich selber verlegt oder mit seinen Kumpels und so haben die hier losgelegt. Einen Trockenbau gemacht. Und eine Heizung musste natürlich eingebaut werden. Elektrik musste verlegt werden. Es war ja halt nur ein leerer Dachstuhl. Das hat er alles selbst gemacht. Da kann ich natürlich die Kosten nicht beziffern, weil damit habe ich nichts zu tun. Wir haben aber den kompletten technischen Heimkinopart übernommen. Wir haben das komplette Lautspray-System geliefert. Wir haben die akustisch transparente Leinwand. Einen super tollen Beamer, der wirklich hier perfekt seinen Dienst macht, eingebaut. Die ganze Verkabelung. Wir haben das alles installiert. Wir haben das eingemessen. Natürlich auch vorher mit dem Kunden zusammen geplant und besprochen. Alles das haben wir getan. Was hat das alles gekostet? Naja, ziemlich einfach. Ganz genau auf einen Cent 15.000 Euro inklusive Mehrwertsteuer. Das war der Preis der technischen Ausstattung inklusive der beiden schönen Cinea-Sessel. Also es ist nicht unbezahlbar, oder? Das ist wirklich noch drin. Klar, viele Kleinkram, jede Schraube und so. Ihr wisst, das kostet alles Geld. Durch viel selber machen kann man natürlich auch viel viel Geld sparen. Und der ganze technische Part hat 15.000 Euro gekostet und ist aufrüstbar. Ja, also natürlich kann er sich in ein paar Jahren vielleicht mal einen nativen 4K-Bi mal da oben reinstellen. Oder die beiden hinteren Decken Atmos-Lautsprecher, die ja noch fehlen, die könnte man noch nachrüsten und so weiter. Also im Heimkino kann man natürlich immer einen weiteren ausbauen. Aber hier für den Anfang, für das erste, eine runde Zahl, 15.000 Euro. Hört sich erstmal viel an. Aber wenn man so auf anderen YouTube-Kanälen hört, wo man erfährt, dass ja so ein Kino irgendwo zwischen 60.000 und 100.000 Euro kosten muss. Blödsinn. Alles totaler Quatsch. Das ist hier ein super, gemütliches, spaßmachendes Heimkino, wo hier unheimlich viel Football läuft, wo hier unheimlich viel Marvel-Filme, bin ich mir ziemlich sicher, dass hier unheimlich viel Marvel-Zeug läuft, wo Disney Plus läuft und so weiter. Technischer Teil, 15.000 Euro. Ihr wollt die Zahlen hören? Jetzt habt ihr sie von mir gehört und hätte ich beinahe vergessen, tatsächlich. Naja. Okay. So. Das war's jetzt aber für heute. Ich verabschiede mich. Wir müssen wieder los und wir sehen uns dann spätestens in der nächsten Woche. Tschüss.